Doomsday Nummer eins. Die Heizung hat die ganze Nacht durchgehalten mit der Kristallbatterie. 100 Amperestunden Kristallbatterie. Das ist immer noch bei 11,6 Volt. Es läuft jetzt schon zwölf Stunden durch. Einwandfrei. Nur, wir wollten wie zocken. Mein Sohn, mein und ich. Und da ist jetzt der Akkualle von David. Und den wollen wir mal jetzt laden. So. Du brauchst ihn jetzt Leads. Jawoll, genau. Mit 340 mAh Leads. Einwandfrei. Und zwar ist es so gehandelt worden. Hier ist ein Waschmaschinenmotor dran. Hier unten ist ein Dreiwege Brückengleichrichter, der das Ding gleichrichtet. Dann geht's auf den DMF Charger. Dann gucken wir mal in die Hütte rein. So, hier sind nicht aufgeräumt. Und hier sind die Akkus, die geladen werden. So eine Wand strampelt jetzt mal 10 Minuten. Und dann können wir wieder bestimmt so ein, zwei Stunden wie zocken. Und das letzte Level vom Super Mario endlich mal schaffen. Und die Dinger hier, das ist ein Spannungskonverter. Also, die bringt ungefähr so 30 Volt, wenn man normal tritt. Und die 30 Volt wird das hier mit dem Stepdown runtergebrochen auf ungefähr 6 Volt. Und die 6 Volt gehen in den DMF Charger. So simpel, so simpel geht's. Ja, und hier, das ist die Spannungsversorgung für unsere V. Zwei Kristallbatterien in Reihe geschalten. Und so ein 24 Volt reinen Sinus. Wie heißt die Dinger? UPS? Ne, doch UPS. Ja, damit funktioniert's einwandfrei. Da könnten wir auch noch so ein, zwei Tage zocken, denke ich. So, so kann man das lassen. So, wollen wir mal gucken, ob's funktioniert. Hier haben wir einen Laptop, der nur ungefähr 20 Watt zieht, wenn man einen Akku raus macht. Da ist Linux drauf. Und auf das Linux haben wir den Dolphin-Emulator gemacht. Und damit kann man Wii zocken. Die ganzen Wii-Spiele gibt's als ROMs kostenlos zum Download im Internet. Und wir machen jetzt mal Super Mario. Das einzige, was man dafür braucht, sind original Wii-Controller. Die müsste man sich besorgen. Zur Not könnte man auch mit Tastatur oder einem anderen Controller spielen. Aber wir wollen jetzt mal gucken, ob unser Wii-Controller jetzt wieder funktioniert. Hier ist der eine. So, ein bisschen scharf stellen hier. Schau, 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 schau. So. Schau, schau, schau. Schau, schau, schau. Da gibt's zwei Prozent. Also, da hat zwei mehr. Zwei Balken mehr, da kann man... Jawoll. Jawoll. Ach nee, warte. Einer. Also bis jetzt hat er zwei Balken gehabt, da ist er wieder auf einen Balken runter, ne? Au. Ja, jetzt hat er wieder zwei Balken, genau. Äh, nein, das ist das. Ach, das ist meiner. Guck, das ist der eine. Ist das der, den wir jetzt geladen haben? Das ist der zwei. Ach, das ist die zwei. Ah, die zwei hat jetzt drei. Jawoll, das war vorher komplett leer. Ja, eine Viertelstunde auf dem Fahrrad. Und es funktioniert. Da zacken wir mal die letzten Levels von... Super Mario Brothers. Ja, alles klar. Ja, so kann's weitergehen. Ah, und hier kommt die Standheizung raus. Also die Standheizung kann ich wirklich nur empfehlen. Eine chinesische Standheizung. 0,2 Liter Diesel oder Heizöl auf die Stunde. Da kommt man schon ganz gut hin. Na dann, ich muss mal zocken. Bis später.